Ja, hallo und herzlich willkommen. Es gibt eine etwas traurige Nachricht und zwar, dass einige meiner Videos bzw. vom Let's Play von Fallout New Vegas in Deutschland blockiert sind. Das betrifft unter anderem Part 6, den ersten Part. Ne, ne, das ist nur Treffe für Inhalte Dritter, das ist nicht blockiert. Aber Part 9, 10, 11, ja, die zukünftigen Part 12, ich gehe mal stark davon aus, dass die auch blockiert werden aus irgendeinem Grund. Angeblich enthält es Material von Sony und von UMG und, ach, was weiß ich. Ähm, ja, das wird irgendwelche, ich glaube von den Liedern, die im Radius da laufen, die Lieder sind ja nicht komplett, aber sie werden erkannt und sind deswegen blockiert. Ähm, ja, also im Prinzip, was ich euch, äh, also ich werde daraus jetzt folgende Konsequenzen ziehen. Erstens, ich werde jetzt die Let's Play New Vegas, äh, Parts von meinem Kanal löschen und auf einen eigenen Extra-Kanal hochladen, weil ich habe keinen Bock, dass mein ganzer Kanal gesperrt wird und, äh, dann eben alle Let's Plays irgendwann weg sind wegen Urheberrechtsverletzung. Und, äh, die werden zwar auf diesem neuen Kanal vermutlich dann auch wieder blockiert sein, aber da gibt es eine ganz einfache Möglichkeit. Gehen wir mal hier auf Part 8. Wenn ihr, äh, auf meine Videos da oben klickt, dann könnt ihr euch zum Beispiel hier Part 9, der ist ja blockiert, könnt ihr hier hingehen, auf den Link da unten, nicht auf das Video selber, aber ich weiß nicht, da müsste es auch gehen. Ne, geht es nicht. Äh, auf den Link unten drunter und dann Linkadresse kopieren. Äh, bei Firefox bzw. Internet Explorer wird es wohl eine ähnliche Option geben, irgendwas mit, Ach, keine Ahnung, ich kenne mich mit dem Dreck nicht aus, verwendet doch eh keine Sau. Ähm, dann geht ihr auf die Seite wetunnel.com, äh, also vtunnel.com, kein www dazu, gar nichts. Dann habt ihr hier eine Adressleiste, gebt in diese Adressleiste das, äh, Video, also den Link für das Video ein. Na ja, den ganzen brauchen wir nicht, nur das normale, äh, äh, normalen Link zum Video. Klickt auf, äh, Begin Browsing. Und schon müsste es funktionieren und das Video ist nicht, äh, äh, blockiert und nix und ihr könnt es euch in Ruhe angucken. Ich sehe hier gerade Marty Robbins, Big Iron. Dieser Song kommt also angeblich darin vor. Und ja. Über dieses vtunnel, äh, das ist einfach so eine Art, ähm, ach Gott, wie heißen die Scheißdinger? Proxy. Ähm, Proxy-Server, über den ihr reingeht. Es gibt natürlich auch andere effektivere Mittel und Wege, äh, als vtunnel, ähm, die Deutschland-Sperre zu umgehen. Aber, mei, Google ist dein Freund. Das ist nur eine Möglichkeit. Ja. Ansonsten, was gibt es noch zu sagen, außer dass YouTube einfach nur scheiße ist und dass, äh, langsam aber sicher das Maßgestrichen voll ist. Ich habe Probleme beim Hochladen der Videos. Es klappt immer erst beim zweiten Anlauf bei jedem Video. Äh, beim ersten tritt immer ein unbekannter Fehler auf. Ich... Der lädt so 99% hoch und dann plötzlich, äh, unbekannter Fehler. Upload abgebrochen. Ja. Dann versucht man natürlich auf der YouTube-Hilfe-Seite irgendwas, irgendeine Art der Information zu bekommen. Gibt's natürlich nicht. Ja. YouTube ist halt einfach scheiße. Und das Maß ist wirklich langsam voll. Äh, jetzt kommt noch dieses Ärgernis dazu mit in Deutschland blockiert. Und ich sag's ganz ehrlich, äh, Äh, noch eine Sache, wenn noch eine einzige Sache von YouTube dazukommt, die mich nervt, dann, dann war's das. Dann ist das jetzt mein letztes Video, dann, dann war's das gewesen. Weil mir reicht's, mir reicht's mit YouTube. Mir reicht's einfach. Äh, du kannst die Uhr danach stellen, dass, äh, alle zwei Wochen irgendein weiteres Downgrade hochgespielt wird und es noch schlechter wird. Und, äh, ich weiß nicht, was ich, äh, ganz aufhören mit Let's Plays will ich eigentlich nicht. Aber dann geh ich halt zu Daily Motion oder, oder, ach, von mir aus auch Clipfish, my Video, das muss ich noch gucken. Aber, äh, wenn sich bei YouTube nicht jetzt radikal irgendetwas ändert in der nächsten Zeit, dann, ja, dann bin ich einfach weg. Weil, mir reicht's, mir reicht's wirklich. Naja, genug aufgeregt. Ähm, ja, also tut mir leid, ich weiß auch nicht, was ich großartig dagegen anders machen kann. Und das Let's Play euch vorenthalten will ich auch nicht, weil, das macht halt Ultrafun zu zocken und ich hoffe, euch macht's genauso Spaß zuzugucken. Aber wenn das jetzt langsam nix wird, wenn, wenn da nichts ist, dann muss ich halt leider leider, leider aufhören. Naja, schauen wir mal. Wir sehen ja, ob ich noch weiter Videos nach oben geladen bekomme oder nicht. Also dann. Bis zum nächsten Mal. Bye.